Hey Leute, ich bin der Tutor. Wie immer geht es um Sachen, die falsch gemacht werden? Und ich dachte heute, wegen Mille. Also wenn manche so sagen, das kostet 10 Mille, dann glauben manche, dass es Millionen als Tausend, also Zehntausend, wegen Latein. Und dann würde ich sagen, das war es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Toilету-Tor.